das würde ich holen so, und jetzt? Nö Fichten ist jetzt länger WTF 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 Wieso bleibt das, was wir hier stehen? Wieso läuft das nicht weiter? Ich lege mal nochmal zu und hole nochmal das ganze Wasser raus da Dann bauen wir den Gravel nochmal ab Deswegen habe ich bei meiner eigenen Welt ein Dings gemacht ein schön ein schönes Feld, wo du per Hand noch abernten kannst Ihhh Das sieht aber schick aus Aber irgendwann baue ich mir noch eine Erntemaschine hin Das sieht dann einfach nur, damit es gut aussieht Und wenn das an den Dingern hier liegt? Die hab ich ja gerade schon ersetzt Da waren ja vorher die Treppen drin Wieso ist denn hier keine Erde drin? Wie Erde Wie Erde Na, Erde Na, daran wird es nicht liegen jetzt aber Nee, ist ja derselbe Block So Wir müssen die Pistons eine Etage höher machen und dann wird ein Gravel Block drauf Noch höher und wie würdest du die Pistons wieder setzen? Musst du wieder im Wasserfluss bauen und dann im Runterschwimmen ran bauen Auch kacke Wie viele Gravel Schichten haben wir? Drei Sind das Dicke Pistons? Nee Wenn wir da jetzt zwei Schichten Erde drauf machen und dann eine Gürfelschicht? Hä? Dann fällt die Erde aber nicht mehr runter Ja Stimmt Keine Zeit zum Schlafen Oh doch Ich hab sonst auch immer nie Zeit zum Schlafen Ja, diesmal haben wir keine Zeit zum Ja Jetzt müsst ihr alle Hast drinne? Jetzt Nee, läuft nicht ab Ach, was der Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich Wir gehen jetzt mal schlafen und probieren mal das Feld daneben aus, was da passiert Dann wird erstmal gehen wir pennen Heute läuft alles schief, ne? Von den Kolben, mit dem Haus Das gleiche Problem hatte der andere letztes Mal auch Ja Und dann hat er da überall Cobblestone reingemacht, nur damit er die Strömung geändert kriegt Wie Cobblestone reingemacht? In das Feld Überall Löcher reingebuddelt, dann Cobblestone da reingemacht und Das war schon relativ lustig Super Wenn das anderen passiert, ja Da oben steht ein Skelett Ja Egal Gehen wir zum anderen Feld Ja, ich geh mal hoch Und ich geh mal rüber und drück mal den Knopf Falls irgendjemand, der gerade zuschaut, irgendwie das Problem kennt und eine Lösung kennt, bitte Bescheid sagen So, bist du da? Bei welchem Feld bis jetzt? Bei dem rechts daneben Zack Läuft auch nicht ab Die linke Seite nicht Hä? Ich versteh das nicht Schau mal nochmal runter So Einmal noch nicht? Ich hab jetzt da mal ein einmal Wasser reingesetzt Das bringt hier aber auch nichts Schauen wir mal wieder aus Oder an? Welche Seite? Die linke Ich verzögere die mal Der erste Block nur der zweite auch Wie der zweite? Ne 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 Also runter gehen sie alle Runde gehen sie alle Ja das ja aber das Wasser Welches geht es nicht los? Wie viele Blocke? Ich glaub vier sind das gewesen Ich verzögere den auch mal kurz Warte mal Ich hau jetzt nochmal runter Einer schreibt hier Einer schreibt hier Ich glaube es ist ein doofer Bug War aber eine Farm die ich mal gebaut hatte auch so Aber auf einmal ging es dann Aber habe keinen Plan warum das so ist Okay So pass mal auf jetzt sind die Vier Linken Hi Officer A7 Die 1 2 3 Die drei Linken die spülen komplett ab Dann die 1 2 3 4 daneben spülen nicht mehr richtig ab Und der ganz rechte spült auch ab Also hast du da im ersten Feld ein riesen Loch in der Mitte So warte Ich mach nochmal arg So Ich lass nochmal fließen gleich Sagen wir mal schon wenn er abgeflossen ist Jo jetzt Jetzt spült er richtig ab Jetzt spült er Gut Jetzt nochmal das erste Feld So ich hau nochmal hoch wieder So Das erste Feld So wo Ähm Wie kann ich das jetzt hier stoppen? Na ich hau einfach den Hier waren es die Hier waren es die rechten Felder die nicht funktioniert hatten ja Die drei Rechten Die drei Rechten Vier Rechten Vier Rechten So Jetzt wollen wir den Red Star Also die dann eine Verzögerung? Mach ich ja grad ich ändere die Verzögerung gerade Und jetzt? War das jetzt? Wasser ist weg? Hä? Wasser ist jetzt weg? Achso Achso Achja stimmt Okay Jetzt? Jetzt spült die vier Linken nicht ab Die Rechten ja, die Linken nicht Sag mal wenn er abgeflossen ist? Jo Ja Scheiß drauf jetzt Immer noch dasselbe Die vier Linken Okay Sag Bescheid Ja Ja Kann starten Äh Drei Rechte fließen nicht ab und der Linke fließt nicht ab Äh Ach Scheiße Die drei Rechten fließen und der Linke fließt Der erste Linke Und die vier in der Mitte da nicht mehr Hä Die vier in der Mitte? Naja da bleiben ja dann vier übrig, wenn drei von rechts fließen Achso drei rechts fließen Und die ganze Linke dann bleiben ja drei, vier übrig Wohin nicht abspielt, aber dann steht ja dann im Loch So nochmal Das packt auch hier alles um wenn du hoch und runter machst Ja Mit dem Kies Jetzt Die drei Rechten spült er nicht Alter Weißt du was? Ich hau den hier auf eins Den hau ich auch auf eins Den hau ich auf zwei 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 Drei Drei So nochmal das versuchen Okay Wieder nur die drei Rechten Nur die drei Rechten Nur die drei Rechten Nur die drei Rechten Die er spült So warte Alter ist das ein Scheiße ey Nur Probleme heute was ist los? So nochmal Officer A7 Hallöchen Jetzt spült er die drei Rechten Die zwei Daneben nicht mehr Dann wieder ein Und dann die letzten beiden links Spült er auch nicht Die drei Rechten Oder zwei Rechten Die drei Drei Rechte spült er Eins Zwei Sind das drei? Eins Zwei Ja sind drei Dann die zwei daneben Nicht mehr Ja Der Mojo hast recht ey Das ist keine Technik Das ist ein Bug Das ist das Problem So Nochmal Jetzt haben die vier Linken ausgesetzt Äh drei Ganz links Alter Nochmal Ja, Redstone ist immer so eine Sache, aber wenn er es so rumbackt. So. Zwei links. Ach, was mache ich? Drei rechts. Alter, was ist denn das? Wie soll ich die da bezögern? Jetzt sind die alle auf drei übrigens. Hast du da noch irgendwo ein Repeater zwischengeschaltet? Nee. So, jetzt nochmal. So. Zwei rechts. Zwei rechts. Alter. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich ändere hier nur die Repeater-Einstellung die ganze Zeit. Zwei rechts. Funktioniert daneben jetzt? Das fällt immer noch? Das ist ja aus. Das funktioniert ja. So, jetzt stelle ich das ein, wie das fällt hier. Zwei, zwei, eins. Zwei, zwei, eins. Ich höre einen Enderman. Drei, 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 eins. Drei, 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 eins. So, jetzt aber. Ach, was mache ich hier? Mal hoch. Und? Ah, nee, muss er abschlagen. Eins, zwei, vier. Warte mal, das stimmt doch irgendwas nicht. Was stimmt nicht? Komm mal hoch. Was stimmt da nicht. Ich, ich, ich finde jetzt Gravel-Blöcke mit mal. Sind weggepackt. What the fuck? Ja, die sind weggepackt, hier sind sie. Hä? Alter, der eine Gravel-Block, der fliegt immer weg hier. Alter, guck mal, ich stehe genau bei dem und den kann ich nicht einsammeln. Ich weiß nicht, wo der ist. Hinter dir. Das Blöde ist, ich weiß nicht, seine exakte Position. Dann kann ich ihn auch nicht einsammeln. Der glitscht überall rum. Ey, was ein Schrott, ne? Was ein Schrott. Ja, die Redstone-Leitung hier, das funktioniert nicht. Die Redstone-Leitung funktioniert, nur, dass es Wasser rumbackt hier oben. Und dann fließt das nicht gleichmäßig ab. Mal was reden. Wir knallen ja auch gleich überall, Koppelzohren rein, bis das passt. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich krieg den scheiß Gravel da nicht eingesammelt. Hast du noch einen im Inventar? Ne, hab ich nicht. Ich fahr dann nochmal hoch, das Ding. Ich schließe das auch mal an den dritten. An den dritten an. Mal gucken. Da fehlt ja noch einer, da fehlt ja noch zwei Blöcke. Hast du noch irgendwo Dias rumliegen? Also, ich hab das dann nochmal hochgefahren. Dias müssten oben sein. Im Berg. Ich mach grad die Kisteneinteilung so ein bisschen, ne? Zwei Blöcke fehlen hier jetzt. Ich hab's ja mal kurz eher da heute. Ja, wir schaffen das schon als alter Minecraft-Hasen, aber das Blöde ist, ist ein Bug. Wie soll's denn ein Bug kontrollieren? Hook. So, wir brauchen ja mal Gravel noch. Ja. Laufst du zu mir? Wie du brauchst denn? Ich hätte einen Stack. Ja, kannst mal geben. Dankeschön. Aber das wird schon wieder in Nacht. Ich hoffe, es ist der A7, wer streamt eigentlich mit? Ich stream nur, die anderen beiden streamen nicht mit. Wenn ich streamen würde, dann wäre die Dings jetzt weg. Die Leitung von der Leitung ist einfach viel zu schlechter. So. Dann lass ich da nochmal runterfahren, wa? Jetzt haben wir die anderen beiden Blöcke eingesammelt hier, oder? Nee, doch nicht. So. Zwei links. Alter. Ey, das ist zum Kotzen echt. Was sollst du hier machen, ne? Jetzt spürt er. Ja? Jetzt geht's. Ja? Ja. Ja. Oh nein, ich hau die ganze Zeit. Jetzt zu Arsch. Dritte Reihe, Spargel. Eins, zwei, drei, vier, fünf links. Wie? Fünf links, die nicht spielen. Ja. Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, fünf, vier, fünf links. Jetzt. Spür. Ach ja, ich muss das spielen. Immer noch. Ja, genau so machen wir es, J.A. Zur Notstelle, Janik, drunter, der dann die Pistons hochdrücken muss. Alles klar. Kein Ding. Mach ich. So, warte mal, das kann ich ein bisschen dauernd, Schwager. Ich baue das jetzt genauso wie da drüben. Weil da drüben funktioniert das auch. Muss ich nur die Repeater alle so einstellen, so. Ich glaube, du musst deine... Zwei, zwei, eins. Zwei. Ah, nee. Ach doch, zwei. Weiß ich, wir müssen pennen, ich werde die Art attackiert. Ich auch. Vom Skret. Ja, der hat mich auch gerade angeschossen. Ja, ich gehe auch mal pennen. Ich gehe auch mal pennen. Deswegen habe ich meinen Hund jetzt hier stehen. Ah, der greift ja keinen Clip an. Doch. Ach, die Kuh nehmen wir doch mit. Meiner schon. Deiner vielleicht nicht. Alter, ist das ein Chaos-Stream heute. What the hell? Hier geht doch alles schief, was schief gehen kann. Gleich spawnt hier so ein Wizard. Einfach so. Na Gott sei Dank spawnt die nicht von alleine. Bei uns ein Pech heute, ja. Spawnt hier noch einer. Stell dir mal vor, die hätten eine Spawn-Wahrscheinlichkeit von 0,1% oder so. Na super, irgendwann ist deine Welt dann kaputt. Und wieder rein da unten. Packen wir mal schnell ein paar Brunnen. Ich habe mir gerade Pizzenbrote gebacken. Da ist noch nichts gebratenes dran. Auf eingebratenen Züchen. Jaya hat gesagt, am 8.3. Tuning-Treffen GTA. Habe ich noch nicht gesehen. Schon wieder? Schon wieder. Na, Tuning-Treffen hatten wir ja nicht. So, ich hau ab. Ciao. Okay, geht. Gut, okay. Dann baue ich das an der letzten auch nochmal so. So. So, 2, 2, 1. Ja, Redstone gab es. Du hast gerade ausgelöst hier, ne? Weißt du? Ja, ja, ich weiß. 3, 3, 3, 1. Hier ein Redstone hin am dritten. Und jetzt. Jo. Sehr gut. Gut, dann müssen wir die Leitung jetzt nur irgendwie verlegen. Und wir müssen die jetzt irgendwie in dieses kleine, in den kleinen Ostblock da reinbekommen. Nett gesagt von euch. Das Blöde ist, wo machen wir den Schalter hin, ne? Du musst ja viel Schalter haben, ne? Ich guck mal kurz. Ah, scheiße. Hier kommt gleich das Wasser. So. Da kann ich überall nicht lang graben, da. Das wird nix. Hier kann ich den Schalter leider nicht anbringen, glaube ich. Oder? Denn ist ja hier der Schalter dran. Da muss dahinter das Redstone ankommen. Ne. Das muss ja dann schon auf der Höhe sein. Und wenn ich den weghaue, kommt da. Obwohl. Hier muss der Redstone, äh, der Redstone sein. Ne, das wird hier nix. So wenig Platz. Fuck. Zack, zack. Zack, zack. Hast du ne Redstone fackelt? Ah, ich kann meine bauen, glaube ich. So. Ich hoffe, ich baue keine Kacke hier. Ah, nee, geht gar nicht. Kannst ja keine Kacke bauen, ne? Doch, das schon, aber... Fuck. Wieso wird der jetzt nicht? Okay. Hast du Redstone da, Spargel? 16. Ich glaube, hier oben ist ja auch noch ein bisschen Redstone, ne? Ich hab dir was gegeben. Okay, dankeschön. Das wird auch nix, ne. Die fuck, wird nicht aktiviert. Müsste aber eigentlich. Ne. Brauche ich wieder einen Block. Da ist mir, du musst. Jetzt wird das auch nicht aktiviert. Warum? Das müsste doch aktiviert werden jetzt hier von der Fackel. Verstehe ich nicht. Ja, hier sowieso nicht. Aber wenn ich jetzt hier einen Schalter ranhaue. Guck mal, da geht's. Weißt du, wenn ich einen Schalter ranhaue, geht das. Dann aktiviert er das. Siehst du das? Ja, das ist klar. Ja, natürlich. Aber guck mal, wenn ich in das Fackel ranhaue, warum wird das nicht aktiviert? Und wenn du die Fackel oben draufsetzt? Nee, auch nicht. Verstehe ich nicht. Check ich nicht. Ach Gott, wie kriegen wir das jetzt hier auf den kurzen Weg nach oben? Er ist ja an dem Block dran. Ich verstehe das nicht, warum Schalter hier ein Signal rübersendet über den Stein und eine Redstone-Fackel nicht. Das ist mir gerade nicht schlüssig. Vielleicht liegt das daran, dass du auf der anderen Seite auch Schalter hast. Ja, ich will ja, dass das umgekehrt ist, das Redstone-Signal, AJR. Ich will das ja hier hochführen. Das ist ja das Ding. Ja, jetzt geht's auch. Ja, jetzt geht's. Es ist direkt mit der Fackel verbunden. Das ist kein Wunder. Aber ich will halt das Signal so schnell wie möglich nach oben legen. Weißt du, am besten hier auf dem einen Block. Dann will ich das über die Fackel machen, dass sich die Fackel ein paar Mal umkehrt. Verstehen Sie? Ich verstehe. Und wenn ich hier hinsetze? Ach, doch, was mache ich? Guck mal, geht nicht mal das. Und guck, wenn ich jetzt das hier, dann würde ich jetzt die Fackel raufsetzen, müsste das Signal umkehren. Rein theoretisch. Aber macht der ja auch irgendwie nicht. Na, die muss eh hier auf den Block rauf. Siehst du, dann ist die aus. Dann kehrt's dir das Signal um. Und wenn ich jetzt oben eine Fackel raufsetze... Genau, und die nächste oben müsste wieder an sein dann. Genau. Die müsste dann wieder an sein. Müsste. Hast du oben schon einen Schalter hängen? Nee, hatte ich. Ja. Aber guck mal, jetzt müsste der Schalter eigentlich die Redstone-Fackel hier anmachen und die Hunden ausmachen. Das verstehe ich nicht. Ich bin kein Experte mit Redstone, ich merke's grad. Hm. Guck, die oben ist jetzt an. Die ist ja sowieso an. Das ist ja kein Ding. Vielleicht geht das nur über bestimmte Ebenen. Dass wir eigentlich noch viel hören müssen, bis das funktioniert. Ich check das grad nicht. Ich würd gern diese Redstone-Fackel jetzt aktivieren. Irgendwie weiß, durch den Schalter. Ah, warte mal, warte mal. Machen wir das so. So. Wieder ein höher. Einmal hoch hier. Fackel. Also wie geht's noch zurück? Stein. Ist ja im Prinzip das gleiche, aber ob das funktioniert, weiß ich halt auch nicht. So. Und was Tieren schlappen, gehst du. Geht nicht. Ne. So geht's. Auch nicht. Doch. Ne. 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 Wieso geht denn die da runter jetzt nicht an? Das verstehe ich nicht. Warte mal. Warte mal. Hast du ne Idee? Ne. Ich bin ja auch nicht der Experte. Ups. Ups. Meine Fackeln weg. Hallo? Ja, hallo. Ja, ne. Ach so. Ich war grad ein bisschen ruhig, ich weiß schon. So funktioniert das auch nicht, ne? Macht mir dafür Mist. Mist. Janik war fast heute gegen uns. Ach nix. Versuchen die fucking Westen Leiter hier hochzulegen, ey. Für den Schalter? Ja, natürlich. Wollen wir das ganz anders machen? Ja, wie ganz anders? Das ist die Sache. Zack. Da weg. Zack. Zack. Ja, super. So wollte ich das ja nicht. Da hast du ein Loch am Boden wieder. Kannst du nicht zubauen. Ja, aber anders kriegst du die Gleitung dann hier nach oben. Ja, irgendwie geht das schon. Du hast ja ständig zu doof an. Wahrscheinlich. Schau nicht.